Ja hallo, darf ich euch unser neues Duftkanus vorstellen für unsere Suchhunde. Ein super cooles Teil mit 12 Becherhaltern, alle aus Edelstahl, alle individuell verstellbar. In der Höhe jeder Ohren einfach verstellbar und natürlich auch ganz cool und lässig gelöst die Höhe verstellbar. Natürlich auch fixierbar, damit der Hund in der richtigen Position oder in einer unangenehmen Position, wie auch immer, wie man das Training abwarten will, zuverfinden. Und jetzt geht es los mit dem Volley, unserem Obertester. Super! Du Schlau, Alter! Das ist ein Wahnsinn! Ein super Teil! So weiter, so weiter, so weiter, so. Super gemacht! Volley, ganz dick serious! Danke! So weiter, danke!